So ja, willkommen zurück zu Forza und wir spielen mal ein bisschen mit dem Volvo Truck. Ein bisschen rum. Mal antesten die Kiste. Ja, Teamspeak hört er wieder nicht. Wie gehabt halt. Aber ist ja nicht so schlimm. Iron Knight. Wo oben da? Ok. Genau, wo oben da noch Arklasser dabei ist. Ja. 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 Boah, der drückt mich ab, Lenkrad. Macht einfach mehr Spaß. Was? Ach, wir fahren schon 250 fast. Alter. Das kommt in dem Truckbar nicht so schnell vor. Boah, du sitzt schön hoch. Boah, du sitzt schön hoch. Oh, die Kurve kriegt man nicht so, da treibt es mich raus. Ja, wirst dich gut vorn. Ja, die Teampunkte zählen, ja. Das ist ja wie bei der Crew, die Teampunkte zählen. Was kriegst du? Glänzende rosa Schlüpper? Achso. Schon gedacht Schlüpper. So, dann springen wir gleich zum nächsten Rennen und sehen uns gleich wieder. Ciao. Also, nicht Ciao, sondern bis gleich. So, auf zum nächsten Rennen. Ich weiß nicht, ob ich es wegschnipseln soll oder ob man das lassen soll. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann mache ich mal so, mal so, mal sehen. Vielleicht lässt es auch jetzt nochmal durchlaufen. Damit ihr überhaupt wisst, wo wir so hinfahren. So, sind hier schon wieder A-Klasse dabei. Okay. Okay, das geht von da unten los. Dann Richtung, was ist das da? Autobahn wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da oben das welchen rum. Boah. Ach, das war's du. Oh, wir sind ja noch Autoship. Oh, ho, 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 ho. Ne, ich muss ja das Tor noch holen, das hat er nicht gekriegt, ja. Ja, wenn es den rausträgt und dann auf dem Gras, dann hast du keine Chance mehr. Bleiben die hier fast stehen. Das machen die mit Absicht, wenn wir mal reinfahren. Boah, da stand eine Ode mitten auf dem Weg. Ja, wenn man sich gewohnt ist, dass da auch Verkehr noch mit ist. Ja, da rammt mich hier wieder volle Möhre. Boah, der hat ein schönes Interieur, muss ich sagen, der LKW. Boah, da hinten ist Feuerwerk, geil. Boah, voll reingedriftet. Na, haben wir schön abgestaubt, 2050 Punkte. Ja gut, das waren ja auch Fäsche drinnen von A-Klasse. Das will ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich gibt es bloß die zwei Trucks und der eine kommt nur auf A. Obwohl, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Bei nächster Gelegenheit wenden. Okay. Geld, 400.000. In 400 Metern links abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern 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 links abbiegen. In 500 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 Metern links abbiegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Grafikkarte ist um die 50% ausgelastet Wenn du alles auf Ultra stellst Achso meinst du das? Ja das könnte dann sein Warum welche Grafikkarte hast du denn? 10,70 war das doch ne? 10,60 Ja du könntest Frametropps haben jetzt Musst du halt Anti-Aliasing ausmachen Damit die Schatten runter gehen Wischi waschi, wischi waschi, meine Scheibenwische, wischi waschi Bei mir regnet es sogar ins Auto rein Weil dieser Ariel, der hat ja eigentlich kein richtiges Dach Ja wenn ich so lenke, spritzt mir das ganze Wasser vom Rad ins Gesicht Oh ta 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 Ja 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 Soll ich bei dir beitreten? Dann brauchst du nicht einladen. Dann blitzern wir hier nochmal eine Runde. Dann blitzern wir hier. Okay 200 muss man schon schaffen. Was ist WBU 80%? Dann blitzern wir hier. Dann blitzern wir hier. Jetzt brauch ich bloß einen Wegpunkt. Alter es regnet schon wieder. Festival ist auch. Jawohl muss man mitmachen. Dann löschen wir mal den Wegpunkt wieder. In 100 Metern links abbiegen. Dann blitzern wir hier. Der Ariel Nomad ist so geil zu fahren. Ja. Ja. Ja am Anfang. Ja. Kolonne anführen muss innerhalb Radius befinden damit deine Kolonne teilnehmen kann. Okay. Rechts abbiegen. Weiß ich nicht. Steht hier nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Jeder? Nein. Du hast du nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Nö, nicht unbedingt. Jaja, die Frage ist halt, für was brauchst du das? Nö, ja. Ja, fahrt ihr mit dem Truck? Ja, komm ich ja noch rein. Wo fahren die denn da durch? Hier oder was? Nö, kommt man auch nicht mal hin. Boing. Boah. Ich hole sie weg. Nö, bei mir kannst du nicht durchfahren, weil wir zusammen gehören. Die anderen kannst du alle durchfahren. Wir gehen. Und eins ist gestartet. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ah. Jetzt kann man auch das Schild weghauen. Jetzt kommt man da ganz einfach hoch. Auf die Kirche. Weil die dran besteht normalerweise, oder nicht? Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich habe das Schild kaputt gemacht. In 100 Metern links abbiegen. Und eins fändet. Gleich gibt's 102. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. mit einer von hinten. Ja, da habe ich ein Bremsweg. Aber nicht mehr drin. Dein zwecks damit hab ich doch noch. Und ... Gleich beendet! Gleich gibt's von der Neue! In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Woah! Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. In 100 Metern rechts abbiegen. Hier, der 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 Denkstrefs redet noch das Wasser anbringen. Den 10 Metern den posten. Abbiegen zu überstehen! Der body cannot run with the Sea-able Daniil. und klingeln! Dann tiens schnell genug rein. Und dann seien ihn, dass du den schaelern seines São Leube. Da papช Up. Hier! Jetzt arbeiten wir hier einen 110 Metern von converten. Das können sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei nächster Gelegenheit wenden. Oh, da hat's mich rausgekickt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Glückwunsch. Glückwunsch. Sitzung direkt High Street. Mit 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Ach, hier ist noch eine Scheune, die ich finden muss. Was? Wie hast du schon gefunden? Wo bist denn du? Wie hast du gerade angefahren? Oh, ich seh dich halt nicht. Ach, da drüben. Ah, ja. Da ist Schweinchen. Ja. Wir haben ein neues Auto. Du hast ihn gefunden? Verdammt, ich hatte hier gerade meinen Spaß. Bin gleich da. Ähm. Ist das ein GT? Ja, das ist ein GT. Ein Crashtest-Auto, so wie der aussieht. Siehst du die Markierungen an der Seite? Und irgendein Dummkopf hat ihn hier stehen gelassen. Ha, jetzt gehört er uns. Ein Crashtest-Auto. Ein Ford GT. Warum nicht? Wir sehen uns dann später im Fuhrpark.